Der Sandsturm ist bestimmt... Ich guck mal kurz rein. Mache ich die Mission jetzt noch oder nicht? Wartet mal kurz. Könne ich das in dreiviertel Stunde schaffen? Eigentlich schon. Warte mal, ich glaube, ich versuch's ja noch. Moment. Katze-Streicheln war auch wichtig. Äh, nein, ich musste gerade was machen, weil sonst hat meine Frau dann später nichts zu essen. Muss ich noch was rausholen? So. Wir haben dreimal den Kalifen als Gegner. Bauen wir mal hier hin. Wir werden auf jeden Fall viel Verteidigung brauchen. Wir benötigen Holz. Wir haben aber ordentlich Güter, muss ich sagen. Wir haben auch viele Stadtgüter, was ich gut finde. Festung brauche ich nicht bauen. Ich werde mich wieder mit Reitern behelfen und Feuerballisten. Ich werde mich wieder mit Reitern und Feuerballisten behelfen. Das ist ein gutes Deutsch. Ähm, ja. Werde... Stimmt doch eigentlich so, oder? Ach, was soll's? Geht doch irgendwo hin. So. Das reicht nicht. Wir benötigen mehr Holz. Es sind nicht genug Arbeiterverhalten. Das ist gut. Okay, das überrascht mich jetzt eher. Ich brauche auch gleich mehr Leute und dann muss ich auch schon den ersten Soldaten produzieren. Weil der mit viel Arabern ankommen wird. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Die Araber kriege ich dann relativ gut klein. Die werde ich auch relativ schnell fertig machen, glaube ich. Es werden Rekruten benötigt sein. Das soll konstruiert werden. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Müsste ziemlich alles abdecken, auf das sie losgehen werden. So, dann noch Angstfaktor in Kombination. Feuerbraucher keine Angst haben. Das Volk liebt euch, mein Lord. Nicht genug Anspaktor. Nicht genug Liebe. Wahrscheinlich unterschätze ich die Mission wieder total. So, Eisendorf ist schon mal gut. Unsere Schatz kann man jetzt nicht. Hier, da kann ich auch einen hinholen. Das Volk liebt euch, mein Lord. Wie das hier? Oh, das wird sich sogar ausgleichen. Ich will den Max mal einen Biausschank machen. Reicht das sogar schon, brauche ich nicht mehr die blöden Kirchen. Ich glaube, ich greife diesmal sowieso mit Arabisch, ähm, mit Heuchlimmern an. Wir benötigen Holz. Okay, wir brauchen Holz. Nur für den Fall der Fälle ein bisschen Stein. Ich könnte auch noch ein Steinmassenproduktion anfangen. Aber das bringt mir nicht viel, glaube ich. Am meisten habe ich wirklich vom Eisen. Wie man hier fast sieht. Noch sieben Leute dort haben. Das ist okay, um eine Armee aufzubauen. Wenn das nicht reicht, werde ich noch ein zweites bauen. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Hört sich mir. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Bauen wir noch zwei davon. Die mühen sich ab, wie man hört. Wie es hier läuft mit dem Eisen. Ich kann das alles noch einnehmen an Eisen. Das ist eigentlich für acht Spieler, die Karte. Das war, glaube ich, auch die, die wir zusammen gespielt haben. Wir waren hier oben. Hier war zweimal die Ratte. Hier war der Kali. Hier war, glaube ich, der Wolf. Hier war Löwenherz. Und hier war Schwein. Wo ich gerade bin, glaube ich. Ach, war wirklich ein gutes Spiel. Bier singt. Da muss ich noch ein weiteres Ding bauen. Eine Brauerei. Okay, maximale Bonus bleibt erhalten. Das ist schön. Das Volk liebt euch, mein Lord. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Ich werde noch ein, zwei Bäcker bauen. Und vielleicht... Dann sind wir wahrscheinlich alle wieder weg. Habe ich sogar noch weniger. Ah, die Produktion müsste höher sein. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ich stelle mir die Mission gerade echt nicht schwer vor, wenn ich ehrlich bin. Eine Nachricht vom Sultan. Die Kamele sind unruhig. Sicher ein schlechtes Omen für euch. Sagt der und wurde vernichtet. Das Volk liebt euch, mein Lord. Hier auch schon ist es zurückgekommen. Wie kommt das denn? Achso, natürlich. Wir benutzen eine Nachricht vom Sultan. Folgt besser dem Wüstenwind in Richtung Heimat. Wer hat mir eigentlich angegriffen? Ich weiß es gerade gar nicht. Bauen sie sich auch noch zusammen. Interessant. Wir werden überfallen. Okay, wie kommen die doch nie an? Die Feuerballisten, wenn die zurecht stützen. Bin ich fest von überzeugt. Eine Nachricht vom Sultan. Die Taube schläft. Der Falk geflüchtet. Wenn du meinst. Wir benötigen Holz. Wenn du meinst. Eine Nachricht vom Sultan. Die Taube schläft. Der Falk geflüchtet. Eure Beliebtheit steigt. Das Volk huldigt euch, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Vielleicht schaden ein paar Feuerballisten mehr dann auch nicht. Eine Nachricht vom Sultan. Ah, der Himmel war dem Sultan heute nicht gut gesonnen. Eine Nachricht vom Sultan. Ah, der Himmel war dem Sultan heute nicht gut gesonnen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Eine Nachricht vom Sultan. Ah, der Himmel war dem Sultan heute nicht gut gesonnen. So läuft's. Neun. Da krieg ich eigentlich keinen Stein. Was ist da los? Ein Hoppenpump bringt echt viel. Mit Angstfaktor zumindest. Was wünscht ihr? Konstruieren Belagerungsgeräte. Ich mag jetzt noch. Eine Nachricht vom Sultan. Ah, der Himmel war dem Sultan heute nicht gut gesonnen. So. Defensive steht soweit, würde ich fast sagen. Mit denen müsste es eigentlich reichen. Ich muss dann bloß was machen, dass ich schnell... Unser Werkzeug ist... Wie wär's? Ihr seid der fünftgrößte Herrscher. Mal sehen, was nochmals nächstes. Ich würde sagen, dann fangen wir schon an mit der Angriffe an. Ich muss bloß überlegen, wie ich so schnell dann... Ihr habt nicht genügend Güter... Wie ich ganz schnell bei ihm reinkomme, dann... Das ist wichtig. Dann kann ich ihm nicht auch sein ganzes Geld klauen. Dann kann ich 10.000 abstauben, wenn ich sie alle mit 40.000 besiege. Muss hier oben hin. Ich baue doch eine Kirche. Das Volk huldigt euch, Seil. Kann ich auch irgendwas verringern? Da hätte ich einen Bierauschrank weglassen können eigentlich. Ach, da pfeife ich jetzt drauf. Euer Gnaden? Es werden Rekruten benötigt, Seil. Ah. Muss auch ein bisschen hopfenlos werden, glaube ich. Bei 75 und das Ding kostet 100. Wenn ihr wirklich braucht, kauft euch lieber... Bier, glaube ich. Das ist aus meiner Sicht deutlich effektiver. Euer Gnaden? Wenn ich gut genug bin, kann ich gleich zwei mit einmal platt machen. Ich muss auf jeden Fall den links anfangen. Ich gehe über den Turm rein. Und vielleicht kann ich dann auch gleich hier mit rein, wenn ich Glück habe. Euer Gnaden? Es werden Rekruten benötigt, Seil. Euer Gnaden? Die Leute müssen auch in die Burg strömen, wie noch was. Die Leute sind glücklich und werden sogar noch glücklicher gemacht, als sie wollen. Als sie können. Es werden Rekruten benötigt, Seil. Können, das ist mal so. Einige Nachteil, der Werding. Euer Gnaden? Ich warte mal ab, wie es aussieht, wenn ich alles voll habe. Die Leute immer noch glücklich sind. Da kann ich nämlich schneller ausbilden. Das habe ich immer... Wenn ich sowas mache. Das Volk holt dich euch, Seil. Euer Gnaden? Für 200 Münzen kriegt man 20 Mönche. Das ist Wahnsinn. Wie schnell habe ich die zusammen? Wieder ordentlich was. Ich brauche dann nur genug Berittene, damit ich die Bogenschütze ein bisschen loswerde. Beziehungsweise die falsche Läufe. Euer Gnaden? Ich brauche es genug, damit ich die dann direkt überrennen kann. Eine Nachricht vom Sultan. Folgt besser dem Wüstenwind in Richtung Heimat. Eine Nachricht vom Sultan. Folgt besser dem Wüstenwind in Richtung Heimat. Geh du doch da hin. Da ist die Pest. Euer Gnaden? Es werden Rekruten benötigt, Seil. Wie kann ich helfen? Das wird schon gehen. Wir werden überfallen. Wenn die Fernkämpfer tot sind, sind die Nahkämpfer auch kein Problem mehr. Die Feuerballisten werden die schon fertig machen. Machen wir auch die Fernkämpfer ganz gut fertig. Ich werde mir echt Schmerz hat, vor so einem brennenden Bolzen abzukriegen. Euer Gnaden? Weil ich glaube nicht, dass man sofort tot sein wird von so einem Ding. Vor allem, wenn es in den Bauch trifft. Und sie haben aufgehört, rumzulaufen. Was machen die nach einer Zeit immer? Ich weiß nicht warum. Toll nervig. So, wie läuft's hier? Unsere Armee des Lichts ist soweit komplett, glaube ich mal. Der Herr ist allgemeinwärtig. Alexander, fertig. Krieger des Lichts. Die 200 Leute müsste ich eigentlich direkt durch die Verteidigung durchrennen können. Ihr seid der fünftgrößte Herrscher. Ich schlag diesen Turm kaputt. Also ich hol diese Leute. Ne, ich schlag direkt den Turm kaputt. Und dann renne ich rein. Dann mach ich dieses Tor aus kaputt und renne wieder rein. Eine Nachricht vom Sultan. Die Kamele sind unruhig. Sicher ein schlechtes Ohnen für euch. Das ist so schön, das war simpel. So, keine Feuerballisten habt und gleich am Anfang richtig ausbaut. Also, er ist eigentlich wirklich kein starker Gegner. Ihr müsst euch wenig Sorgen geben. Ihr müsst nur immer ab und an mal eurer Berittenen nachmachen. Und vielleicht auch auf die Verteidigung verlisten, aber ansonsten braucht man hier nicht viel in der Mission.